Applaus Ja, ganz wichtig ist, habt ihr alle was zu trinken, das ist wichtig, um Devitrierung vorzubeugen, trinkt bereits bevor der Durst entsteht, nicht, dass ihr uns dann wegklappt. Also wir bedanken uns erstmal für den schönen Abend, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wenn das so ist, haben wir eine kleine Bitte, erzählt das bisschen rum, großes Kino, es war jetzt fast zu Ende am Sonntag, ist erstmal diese Staffel beendet, aber wir kommen nochmal für sechs Tage im September, das heißt, wenn ihr noch Freude nach ihr schicken wollt oder selber zur Festigung nochmal kommen wollt, dann seid ihr jetzt nicht eingeladen, nochmal im September, ganz großes Kino, jetzt wollen wir mit der Party beginnen, wenn ihr bereit seid, gebt uns ein Ja! Also gebt uns mal eure Hände, haben wir die Hände, Robert Lentz, everybody! Kino, 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 Kino Kino, Kino, Kino Kino, 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 Kino Kino, 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 Kino Roll by the woman, don't you really gonna rock tonight Sweet, really Roll by the woman, don't you really gonna rock tonight Hey, hey, hey Roll by the woman, don't you really gonna rock tonight